Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie und in diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, wie wir bei der Color Box in Contao die Bezeichnung Image 105 wegbekommen. Das heißt, wie bekommen wir diese englische Bezeichnung weg und können sie durch eine deutsche ersetzen. Wir sehen hier, ich habe hier ein Bild von einem Löwen und hier oben finden wir die Bezeichnung Image 105 und genau diese Bezeichnung wollen wir jetzt auf Deutsch haben. Was ist dazu nötig? Zunächst einmal wechsle ich ins Backend meiner Contao Installation und gehe in den Bereich Templates. Wenn es das noch nicht gibt, dann lege ich ein neues Template an und zwar von der Color Box. Ich wähle hier jetzt den Typ HTML5 und lege noch das Zielverzeichnis fest und sage Template erstellen. Im nächsten Schritt muss ich jetzt dieses Template Bearbeiten. Dazu gehe ich hinten auf das Bearbeiten Symbol und habe jetzt die Möglichkeit, die Einstellungen meiner Color Box zu verändern. In dem Fall gehe ich jetzt eben in diesen Bereich, wo es heißt Put Custom Options hier und füge einfach ganz oben oder auch ganz unten je nachdem eine neue Option hinzu. Wenn ich das ganz unten mache, muss ich hier noch ein Komma hinzufügen und kann dann in der nächsten Zeile meinen Befehl einfügen. Ich habe den Befehl jetzt bereits in der Zwischenablage und zwar lautet der Current für aktuelles Bild und eben hier den neuen Befehl Bild Current von Total und wenn ich diesen Befehl einfüge und speichern klicke, dann kann ich wieder ins Frontend wechseln. Ich lade die Seite neu und wenn ich jetzt eben meine Bildergalerie öffne, dann habe ich nicht mehr das Image oben stehen, sondern den deutschen Text Bild 1 von 5. Weitere Optionen für die Color Box findest du auch auf der Webseite von der Color Box, denn hier habe ich eben auch den Befehl für dieses Current herunter gelesen. Also viel Spaß beim Anpassen der Color Box und bis zum nächsten Video. Ich hoffe dir hat dieses kurze Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt auf YouTube einen Daumen nach oben gibst. Damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten gleich auch noch den Kanal der Contao Academy. Dazu einfach unterhalb des Videos jetzt den Button drücken. Weitere Videos und Tutorials zu Contao findest du auch auf unserer offiziellen Website contao-academy.de